Ich sitze noch gar nicht, ey. Ich flieg hier gleich raus. Die Tür ist einfach offen. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Obwohl wir ja noch nicht im Stadion sind, wir sind am Flughafen und ihr seht es oben. Trabzonspor, Trabzonspor. Das erste Mal geht es für mich. Du solltest ja nicht verraten, wo irgendwas. Die sehen das doch am Titel, ne? Da steht doch Trabzonspor-Vlog. Ja, okay. Aber wir wissen selber noch nicht, ob Trabzonspor-Meister wird oder nicht. Wir sind jetzt eh schon zu spät dran. Wir beeilen uns und dann erzähle ich euch, warum wir überhaupt nach Trabzons fliegen. Wir sind einer der letzten Mal wieder, ne? Engin, immer. Da steht Istanbul, aber ich dachte, wir fliegen nach Trabzonspor. Und dann sind wir schon mal, guckte. Wir sind immer. Und wir sind immer hier. Wir sind in der Küste zwei, die Karte. Die Karte auf der Küste. In Trabzon endlich angekommen. Ihr wisst ja, Engin kommt hier aus Trabzon und ihr habt gesehen, die Stimmung im Flugzeug war schon super. Morgen im Stadion, das Stadion wird brennen, da bin ich mir ganz sicher. Ich erzähle euch mal gleich ein bisschen den Hintergrund, damit ihr auch versteht, warum wir überhaupt hier sind. Wir fahren jetzt direkt zum Training, wir annehmen unser Koffer mit, denn, Freunde, der Hintergrund ist, Trabzonspor war seit wie lange ein Gegend? Wann waren die das letzte Mal Meister? 37 oder 38 Jahre. Fast 40 Jahre haben die keine Meisterschaft gewonnen. Meistens gilt ja die Meisterschaft an Besiktas oder an Galatasaray, Fenerbahçe. Aber für Trabzon, ich spüre das jetzt schon, davon abgesehen, dass es hier wunderschön ist, direkt am Meer, mit Bergen. Ich habe mir so ein Gefühl, dass ich in einem anderen Land bin. Wenn du in Istanbul bist, ist das aufgeteilt. Ein paar Leute sind Galatasaray, ein paar Fener, ein paar Fächer. Aber hier sind ohne Ausnahme, hier sind alle Trabzon-Fener. So, hier gibt es bestimmt keinen, der irgendwie mit Galatasaray oder in der Luft. Wir sind jetzt einfach mit den Koffern hier schon beim Stadion, beim öffentlichen Training. Und die Frage ist, lassen wir uns überhaupt mit den Koffern rein? Weil da könnte ja sonst was drin sein. Mal gucken, wie wir das jetzt handeln. Aber egal, Engin spricht hier türkisch. Ich lasse einfach Engin machen. Zwölf Sekunden später. Ja, der Engin hat das geklärt. Also bis jetzt, was habt ihr überhaupt gesagt? Nee, der meiste nur, geh rein, geh jetzt schon. Das ist nur das öffentliche Training. Hier ist schon mehr los, als in manchen Bundesliga-Stadien. Das ist einfach nur krank. Freunde, welches Trikot soll ich mir holen? Ich glaube, das Klassische, ne? Ich finde alle cool. Auch das hier, so ein Babyblau. Aber das Klassische, das hat schon was. In Enginsgröße gibt es das Trikot noch, steht hier sehr gut, Bruder. Aber nicht in meiner Größe, deswegen nehme ich das hier. Nächsten Tag. Guten Abend, Freunde. Gestern war es ein bisschen zu spät. Ihr habt gesehen, wir haben uns noch Trikots gekauft und dann waren wir einfach Knockout. Super lustig. Irgendwie lande ich immer in dem Hotel, wo auch die Spieler sind. Antalya Sport wohnt einfach im selben Hotel, in dem wir auch wohnen. Engin und ich sind jetzt ready. Ich habe schon das neue Trikot an. Engin hat sein Trikot auch an. Wir gehen jetzt in die Innenstadt, essen dort was und dann gehen wir euch schon Richtung Stadion. Wir sind jetzt hier in Medan auf dem Hauptplatz. Das ist sowas wie die Altstadt von Trabzon und was hier vor dem Spiel abgeht, ist einfach crazy. Freunde, jetzt fahren wir ins Stadion. Guck mal hier, Bus. Bruder, ich sitze noch gar nicht, ey. Ich fliege hier gleich raus. Die Türe ist einfach offen. So fährt man hier in der Türkei zum Stadion. Bezahlung läuft hier auch so. So, in der Ferne sieht man schon das Stadion. Hier fängt schon der Verkehr an. Aha, der Kollege hier hat auch abonniert. Saul habe ich. Und ihr müsst auch abonnieren, Freunde. Lasst mich nicht in den Stich. Alhamdulillah, wir haben es geschafft. Wir sind sicher im Stadion angekommen und nichts passiert. Jetzt kann er durch. Wir haben es geschafft. Wir sind schon mal im Stadion. bei Stadion. Einfach Gänse! Einfach Gänse! Einfach Gänse! Ja! Ja! Es ist bei der 3 Minuten gespielt. Direkt ein Spiel-Gluck von links, der Ball rein damit. Ich glaube, man hört hier gar nichts, Freunde, Grenaldos, Ur-Brasilianer. Oh, was war das für ein Pass? Mal gucken, was die machen werden. Ah, easy für den Torwart. Valt, 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 Valt! Direkt dran. Hull! Valt, 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 Valt! Ah, jeez. Also die Stimmung ist hier 11 von 10. Spiel würde ich sagen, ist aktuell 7 von 10. Der Typ hier, der heißt Naldo und der sieht auch aus und spielt ein bisschen wie der Naldo, der bei Bremen und Schalke war. Ein schon sehr, sehr guter Verteidiger, so ein starker, schneller Innenverteidiger. Noch rund 2 Minuten plus Nachspielzeit. Ich würde sagen, für Grabsohn erstmal kein Tor kassieren. Noch besser wäre es eigentlich zu schießen vor der Halbzeitpause. Aber noch wichtiger ist erstmal mit einem zu Null in die Halbzeit. Das, was mir hier aufgefallen ist, das ganze Spiel ist eine Party. Anders als in anderen Stadien wird die ganze Zeit gesungen, es wird gemacht, man freut sich. Und ich finde, das ist was, hier wird der Fußball mehr gefeiert als in anderen Stadien oder bei anderen Mannschaften. Boah, der angetäuscht. Das hat er gut angezeigt. Boah, einfach 1 zu 1 gerade. Boah, der hat Trabzon sehr, sehr schlecht verteidigt. Superschlecht, unglaublich. Was war da los? Wie kann man so billig verteidigen? Vor allen Dingen, der Ball war eigentlich schon weg. Einfach raus damit. Aber nein. Egal. 1 zu 1. Jetzt müssen wir weiter nach vorne stehen. Jetzt auch noch Elfmeter für Antalya. Ich kann es nicht glauben. Was für ein blöder Elfmeter. Boah, was für ein starker Torwart. Starker, heißen. 2 zu 1. 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 For teenager. упa. Super! 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 »Die verlieren ein bisschen die Kontrolle. Immer. Die gehen in FÜBER. Dann wieder der Künstlich, die in den Spiel ab. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ei, Abdel! Abdel! Nein, sieh nicht! Fisch. Fünf Minuten. Fünf Minuten, kein Tor kassieren und Trabzon ist Meister. Schlägerei kurz um Spielschluss. Boah, was geht hier ab? Die Spiele hier sind anders in der Türkei. Vergesst die Bundesliga. Für wahre Emotionen muss man in dem türkischen Fußball schauen, was das hier abgeht. Alle sind auf dem Spielfeld. Dabei ist das Spiel noch gar nicht vorbei. Irgendwas machen wir. Das Problem ist, wenn Antalya sagt, sie kommen nicht zurück wegen Sicherheitsgefahr und so, kann das Spiel sogar für uns gegen Trabzon entschieden werden. Und deswegen, ey, so dumm die Fans. Einfach nur eine Minute warten und das Spiel ist vorbei. Aber nein, das ist echt nicht mehr normal. So viel Drama gibt's doch gar nicht. Ein paar Sekunden später. Oh, mein Gott! Mein Gott! Ich habe einen Schenken für's! Mein Gott! Champion! Ja, ein verrücktes Wochenende. Trabzon ist nach 38 Jahren türkischer Meister. Mein Bruder Engin... Yeah, Champion! Champion, genau so ist es. Trabzon hat es verdient. Bruder, die Reise hier hat es nicht gelohnt, ne? Wir haben so viel Geld ausgegeben. Aber jeder Cent... ...die längsten 5 Minuten lang, dass ich jemals... ...dann auch so dramatisch, ne? Typisch Trabzon. Danke fürs Einschalten. Shop bei Engin vorbei. Meine Schimmel ist jetzt schlecht. Lasst ein Like. Und dann abonniere Abfahrt der Astronisch Ketana. Jaaaa! Ciao!